Hallo Meister, willkommen zurück zu Bandy in der Ink-Maschine. Oh, jetzt haben wir die Tür wieder auf. Ja, in der letzten Folge haben wir die Gang besiegt. Wo müssen wir denn hin? 40? Wir müssen einen Like da lassen. Ja, einen Like da lassen mit Stern. Ich bin auch wieder da. Und Boris ist auch wieder da. Ja. Hallo? Hä? Ach, du. Oder wer ist denn das? Scheiße. Ach du kacke, was ist denn hier los? Ah ja, das ist niemand. Okay, das ist zu, das ist ein Boss. Ja doch rein in den Aufzug, bist du doof? Nicht in den Aufzug. Nein, wir müssen hier runter. Wir müssen hier los. Perfekt. Wow. Wow. Ne laufende Kamera. Wow. Perfekt. Ne laufende was? Ne laufende Kamera. Hast du es nicht gesehen? Ne laufende Kamera? Ne laufende Kamera. Ja. Da kommt die laufende Kamera. Da. der ist die ganze zeit dahinter die leucht werden zum plan der läuft wie lang wenn er denn da drin ist dann gehe ich hier rein ich würde gar nicht naja läuft läuft so so herum läuft rum Alter! Als ob du mich gesehen hast! Mach! 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 Lass! Renn! 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 Als ob du mich gese... gesehen hat? Doch! Was müssen wir machen? Oh Junge! Oh Junge! Nein! Junge! Alter! Wohin? Wohin? Alter! Spiel die Gespinte! Nee! Nee! Lass dich erschrocken! Alter! Oh Junge! Wir müssen da hin! Ich... ich riskiere es! Ich riskiere es! Ich muss... wir müssen da hin! Das geht nicht anders! Ist er tot! Bomben gibt es keine Rundkamera? Du musst ihn angreifen! Willst du wirklich da hingehen? Ja! Los! Ich gehe erstmal da lang! Ich gehe erstmal links! Der läuft da lang, ne? Der läuft da lang, ne? Der läuft viel lang, aber egal! Du kannst dich! das ist ja nicht so großartig bitte 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 nicht durch die wand alter der ist so wird er ist in meine richtung glaubt er ist blöd ist dass man nicht weiß wo er ist er kommt hier lang er kommt hier dank wir sind so gut wie tot wir sind so gut wie tot wir sind zu tun aber okay jetzt kommt das wieder und verstecken uns die ganze zeit also versuchen entweder lang ich habe gar nicht gesehen dass es so ein kasten war wo man sich verstecken was passiert hier eigentlich also sobald den kasten sind wir vielleicht rein und gucken ob etwas hören und wo wir das hören so ich kann nicht springen oh nein als ob hier kann man überall lang gehen und wir und wir warten die ganze man kann hier lang gehen ja wir spawnieren wir spawnieren ja das verstanden was ich gesagt habe es wäre einfach nur nach vorne laufen müssen schön da ist so dass er ja aber ich dachte ist so was gesagt ja die was hast du was gesagt ja 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 ich weiß wo wir lang müssen mal gehen dank danke mal macht hier seine runden oder was hier seine fünf minuten oder was Nein, 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 alles ist fröhlich, nein, hier ist kein Kameramensch, nein, nein, ist sie nicht, nein, nein, ist sie nicht, nein, nein, der wird, geht doch genau da lang, wo wir hin müssen. Dreht er sich? Ah, wir sind hier. Äh, aber wo müssen wir denn hin? Stern, sag doch was. Hallo, hallo, wie geht's? Bist du still hier? Ach echt? Wunderter, wieso denn wohl? Ja, damit die Schritte, ja vielleicht. Wie kommt er hier zielang, oder was? Vielleicht hört er uns, ja. Ja, wenn wir reden, ne? Hallo, hallo, na hallo. Aller, der flackert mich tot. Hier, ein Kameramensch. Irgendwie da aussieht, ne? So Haare, einfach. Kein Strom, aber Haare. Soll ich gehen? Oh. Äh. Hä? Hat jemand, ach so, jemand hat abonniert, oder was? Hehe, bruh. Mitten in der Aufnahme hat jemanden abonniert. ja also ich habe so ich habe sowas eingeschalten wenn man mich abonniert und kommt so eine glocke so so ein glocken leuten und das geld gekommen ja wer war das steht nicht hier natürlich auch alle kostenlos machen oder ich bin grad mit einem twitch account drin also keine ahnung hier sehe ich sehe nicht wer mich abonniert vielleicht war ich doch hier steht nichts nein ich kann nur einmal aktiviert werden ah ich hab ein herz gefunden Eier 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 Ui 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 Hallo Alte Dür spatial Boah 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 Ich bin vor seinen Augen Binnen hier in eine Box reingestiegen ein junger alter dieses spiel so blind selle oh hier sind überall herzen ich brauche ich denn wie viel brauche ich fünf ok einen fehler und neu perfekte was er kommt nicht mehr hin wo glaubst du wo noch ein herz ist wo ist ein kasten da dahin da müssen wir da ist so ein holzding das war so lust von denen aha tschüss hat sich gefeucht dich kennenzulernen ne du blinder alter du blinder fisch du blinder fisch alter denn auch so ein kamera so 4k kamera im kopf sieht mich trotzdem nicht er ist so weil er 8k bestimmt wird 20 jahr 20k sieht mich nicht mit so einer g 30 80 kamera da ah hier ist ein cartoon den cartoon kenn ich den kann man auf youtube sehen der ist auch ganz cool da ist ja ich kund mir den kopf schon rüber ich bin dann mal weg ne ich wollte die hat mich gefreut dich kennenzulernen tschüss kannst du mal ein youtube für youtube video für mich aufnehmen und tschüss ich bin die ganze zeit vor mir aber warum nicht so alle fünf verätzen Es scheint, dass wir am Ende meiner To-Do-Liste erreicht haben, mein kleiner Erdbein. Ich hoffe, dass ihr unsere Zeit zusammen genutzt habt. Ich habe alles gespürt. Zurück zur Seite. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Stimmt, stimmt. Ja, wäre vielleicht auch besser. Dann, bis bald. K 때는 nicht mehr, wenn sie wieder aufschauen. Die Fliegen, die Fliegen, die Fliegen die Fliegen, so fliegen. Die Fliegen. Ich bin aus.